Die Mission von Interplast ist es, in Dritte-Welt-Ländern plastisch rekonstruktiv tätig zu sein und die Kollegen dort zu unterstützen mit Operationen, die sie selbst einfach nicht leisten können. Das sind vorrangig Operationen bei angeborenen Fehlbildungen im Gesicht und Kontrakturen nach Verbrennungswunden. Wir operieren vorrangig in Paraguay. Die Organisation Interplast ist aber in allen Ländern der Dritten Welt tätig. Für so einen Einsatz in Paraguay bringen wir praktisch das gesamte Krankenhaus aus Deutschland mit. Dafür ist es extrem hilfreich, dass wir eine mobile Softwarelösung haben, die ohne fest installiertes Computersystem auskommt. Salesforce unterstützt uns zum einen mit Spenden, zum anderen durch das Produkt der Software und durch den Support der Mitarbeiter, damit das Ganze vor Ort auch funktioniert und wir uns auf das Operieren konzentrieren können. Wir verwenden die Software für die Patientenerfassung und für die Visiten, für die Erstellung der OP-Pläne, auch für die Eingabe von Daten. Das heißt, Befunde, die uns in der Visite auffallen, können wir sofort erfassen und eintragen. In zehn Tagen operieren wir circa 60 bis 80 Patienten. Unser jüngster Patient war zehn Tage alt und der älteste Patient 81. Die meisten Patienten sind Kinder und diese Kinder sind durch ihre Fehlbildungen nicht nur stigmatisiert, sie sind auch in ihrer Entwicklung extrem behindert. Die sind sozial isoliert, die finden keine Partner, die finden keinen Job. Das heißt also, wenn wir nicht da wären, würde es kein anderer tun. Wir sind Ärzte. Unsere Mission ist es, zu helfen. Wir brauchen einen zuverlässigen Partner im Hintergrund, den haben wir in Salesforce gefunden. Das heißt, es wird am Ende nicht nur eine Software zum Patientenmanagement, sondern praktisch eine Software zum Interplast-Management. Mobilität spielt für uns die entscheidende Rolle, weil wir tagsüber im OP stehen und operieren und abends müssen wir zusammentragen, welche Patienten wir gesehen haben, die nicht alle Teammitglieder visitiert haben. Dazu müssen wir uns Fotos angucken, die müssen exakt zugeordnet sein. Durch die Applikation kann diese Aufgabe praktisch automatisch erfolgen. Dadurch sparen wir wahnsinnig viel Zeit und die Bild-Datenbank wird zuverlässiger. Heute können wir uns auf das Operieren fokussieren und Salesforce macht den Rest. An dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen im Namen von Interplast, im Namen meines Teams und im Namen unserer Patienten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017